Wenn du dich oder andere Musiker auf einem Instrument begleiten willst, hast du bestimmt schon mal im Internet nach passenden Noten zum jeweiligen Song gesucht. In diesem Video erkläre ich dir alles über Akkordsymbole von Dreiklingen. Die gängigen Bezeichnungen für einen Dur- oder Mollakkord sind recht einfach zu verstehen. Doch manchmal tauchen zwischendurch auch mal beispielsweise eine 7 oder sogar so ein Dreieck mit einer 7 hinter einem Akkordsymbol auf. Was es damit auf sich hat, zeige ich dir in diesem Video. Herzlich Willkommen bei Musikdurchblick. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Akkordsymbole für Vierklänge. In vielen Musikgenres kommen Vierklänge vor, in der Jazzmusik sogar beinahe ausschließlich. Für jeden Vierklang-Akkordtyp aus diesem Video gibt es natürlich auch ein entsprechendes Akkordsymbol, um bei so vielen Noten trotzdem ein übersichtliches Notenbild zu schaffen. Diese Akkordsymbole zeige ich dir jetzt. Erstens der Dominant-Sept-Akkord. Der Dominant-Sept-Akkord besteht aus einem Dur-Akkord mit hinzugefügter kleiner Septime. Die Abkürzung für diesen Akkordtyp ist folglich der Grundton als Großbuchstabe, was für ein Dur-Akkord steht. In diesem Fall ein C. Dazu wird eine kleine 7 oben rechts hinter dem Akkordsymbol notiert. Ein C mit einer 7 bedeutet also, dass der Akkord aus den Tönen C, E, G und B bestehen soll. Das klingt so. Eine alleinstehende 7 hinter dem Akkordsymbol bedeutet immer, dass es sich um eine kleine Septime handelt. Wie auch bei den Akkordsymbolen zu den Dreiklängen wird durch das Akkordsymbol alleine nicht ersichtlich, in welcher Umkehrung der jeweilige Akkord gespielt werden soll. Das bleibt dem Musiker oder der Musikerin selbst überlassen. Zweitens Major-7-Akkorde. Im Gegensatz zum Dominant-Sept-Akkord beinhaltet der Major-7-Akkord eine große Septime. Ein C Major-7-Vierklang besteht aus den Tönen C, E, G und H. Aufgeschrieben wird das meist in zwei Varianten. Erstens ein Großbuchstabe mit einem kleinen Dreieck und einer 7 dahinter. Zweitens ein Großbuchstabe mit dem Zusatz M-A-J-7, was für Major-7, also große Septime, steht. Das Ganze klingt dann so. Drittens Moll-7-Akkorde. Du kennst schon die verschiedenen Schreibweisen für das Akkordsymbol eines Moll-Akkords. Er wird meistens mit einem Großbuchstaben und entweder einem zusätzlichen Minus, einem kleinen M oder einem Min dahinter dargestellt. Bei einem Moll-7-Vierklang wird zusätzlich noch eine kleine Septime auf den Akkord geschichtet. Auch hier wird also zu dem jeweiligen Moll-Akkordsymbol eine kleine 7 als Indikator für eine kleine Septime hinzugefügt. Der Akkord C-7 bzw. C-M7 oder C-Min7 besteht also aus den Tönen C, S, G und B. Und dieser hört sich so an. Viertens halbverminderte Akkorde. Ein halbverminderter Vierklang besteht in den Grundzügen aus einem verminderten Dreiklang, wird also als Großbuchstabe mit einem kleinen Kreis notiert. Fügt man jetzt noch eine kleine Septime hinzu, gibt es zwei gängige Varianten, dies aufzuschreiben. Erstens unser gerade beschriebenes Akkordsymbol, bei dem der Kreis schräg durchgestrichen ist, womit eine kleine Septime, in diesem Fall das B, signalisiert wird. Zweitens die Notation des Moll-7-Akkords, also entweder C-7, C-M7 oder C-Min7 mit einem zusätzlichen B5 hinter der 7, meistens in Klammern. Die B5 signalisiert, dass anstatt einer reinen Quinte eine verminderte Quinte gespielt werden soll. So besteht auch nach dieser Schreibweise ein C halbvermindert, ebenfalls aus den Tönen C, S, Gäs und B. Und dieser klingt so. Neben diesen Akkordsymbolen gibt es natürlich auch noch viele andere. Wenn du noch weitere kennst, schreibe die doch gerne in die Kommentare, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge.